Hallo! Können Sie mich hören? Hier könnte deine Werbung stehen. Ich pranke den Albaner meines Vertrauens. Part 1. Hallo? Ja, Leute, ist der Hans-Peter, QZP. Ist das der Javid? Ja, ich bin Javid. Ja, hallo, Javid. Ich wollte Sie mal was fragen. Sie sind ja in einem Baustellengewerbe, oder? Ich bin Bau- und Landschaftsgärtner. Garten- und Landschaftsgärtner. Sind Sie Garten- und Landschaftsgärtner? Ja, was heißt das jetzt für mich? Dass ich jetzt einfach vorbeikommen kann, oder was? Das heißt für dich, was es gibt um dein Haus drumherum, kannst du machen und kannst mich anrufen, was willst du haben. Hallo! Können Sie mich hören? Oh, da, Chiefsha, Norman, warum sagst du mir Hallo? Sind Sie ein Pirat, oder was? Sind Sie ein Pirat? Ja, weil Sie sagen Schiffskanonen. Was ist denn das? Ah, Chiefsha Tyson. Ach, sind Sie Box-Fan auch noch? Chiefsha Tyson. Was heißt denn das? Hallo! Können Sie mich hören? Gut, doch, Penner, man. Hörst du mir nichts, oder was? Doch, ich kann sie hören, aber ab und zu geht die Verbindung weg, wisst ihr sie? Wir leben im Jahr 2023 und dein Handy, was hast du für ein Handy, junge Girl? Du, ich habe ein Handy, 1980 gebaut, gell, in Frankreich am Neckar. Weißt du, wo das ist, gell? Weißt du, wo das ist? Ich weiß schon lange, wo ist, aber du weißt nichts, wo ist. Hallo! Kannst du mich hören? Hörst du mir nichts? Doch, jetzt höre ich Sie wieder. Herr Javid, also könntet Sie mein Haus bauen, oder könntet Sie das nicht? Ich kann viel, aber dein Haus, ich kann nichts bauen. Hallo! Können Sie mich hören? Meine Fresse, was ist los. Ja? Herr Javid? Ich bin im Telefon. Sind Sie Araber oder Albarner? Ich bin 100%, 100% Albar, mit Vorfahren. Ah, also sind Sie in Aschkali, oder? Aschkali sind auch Menschen, aber ich bin 100% rein Albarer. Hallo! Hey, hab ich doch einmal gesehen, wann gehst du in den Laden? Wenn die sagen, ist gemischt. Ist nichts gemischt. Ja, Sie sind ja Pirat, oder, Herr Javid? Pirat, oder? Weil Sie sagen ja immer Schiffskanonen, gell? Manchmal ich bin Pirat, manchmal ich bin auch Baustellenarbeiter, aber wenn ich bin Pirat, dann du merkst, dann ist das... Hallo! Ich habe keine Ahnung. Hey. Oh, wenn ich heb die in meine Hand, wenn ich finde die... Hallo! Was für ein Hallo? Können Sie mich hören, Herr Javid? Oh, ich höre noch nie, mein Lieber. Ich hab noch nie so gut gehört, wie ich jetzt höre. Noch nie. Hallo! Hey! Hey, du riechst mir richtig auf, Mann. Ja, also, Herr Javid, also, gell, wir wollten für die Baustelle, wollten wir Arbeiter haben, aber wir wollten Sanjaks und keine Albaner, gell? Ach, du willst nur Sanjaks und keine Albaner, gell? Ja, aber hast du einmal gewusst, dass Sanjaks ja viele, gibt es viele, die sind alle Albaner. Und jetzt sagst du mir, was passiert. Herr Javid, ich hätte mal eine Frage an Sie, gell? Sagst du fragen, was willst du, aber ich merke, du bist kein Mensch. Hallo! Hallo! Wie sind Sie damals nach Deutschland gekommen? Sind Sie mit Kommunionen gekommen? Wie bin ich gekommen? Und ich bin jetzt auch nichts gekommen. Hast du mir angerufen, dass ich mag dein Garten? Hallo! Hallo! Wo ist die siebschaft, aber der Stadt mir neunert ist siebschaft. Wo heißt, wann ist er auch? Ich zähl meine nie in der neunert... Hallo! Hey! Wo ist das? Hallo! Irgendwann, du bringst mein Blut zum Kochen, Mann! Ja, geht, na! Oh, servus, hi, gell! Der hat aufgeliehen! Ha, 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 ha! Da, ha, 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 ha!